Willkommen und Willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Mr. Fondaria mit meinem Mönch im Naruto So, und jetzt kommt uns hier, bevor die uns da angreift Na, die macht das doch mal Na, die hat nicht lange überlebt So, hier bei den Talenten kommen wir uns jetzt auszupfen Verhänger, sämtliche erlebenden Schaden Prozentbekämpfung laufen nicht Und da auch Ihre verursachten Schaden werden nicht zu weit Mhm So, nehmen wir das hier So Na, das ist ein bisschen passiver, wenn wir Ne, das ist ja nicht Aha Das ist das, okay Gut, dann wissen wir das Bild auch nochmal Ich bin außer Reichweite Diese Fähigkeit ist noch nicht gemacht Noch nicht bereit Ich habe kein Ziel So So Hm Wozu kann man uns dann aufrufen Ich kann mal halte der Steine, okay So Einmal mal Sofällig Ich muss dann noch abstecken Ne Ich muss näher heran Ja, ne, er kommt ja leider nicht heran Egal, ja Das ist zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nie verhaftet. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Hm. Dann warten wir mal jetzt. Oder, naja, das muss ich wahrscheinlich schon. Wenn man lange genug wartet, dann meldet sich ganz schnell bei den, ähm, Menschen der Erholungsbalken. Und dadurch kann man dann, und natürlich dann wieder mehr gehen. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ne, haben wir das schon mal geschafft. So, und dann nehmen wir schon mal eine andere die Violette fest. Jo, ist ja nicht schlimm. Hm. Mitten in den Kampf, okay. Oh, ja. Das geht halt nicht. Kommt die nächste. Ich bin außer Rückweite. Das ist zu weit entfernt. Das sieht andersrum nicht gut. Ich bin außer Rückweite. Damit kann ich das gleich mal ausprobieren. Jetzt kommt der Wassergeist. Kann ich wirklich was, aber näher. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss gerne die Finger ziehen. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher heran. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Dann zuerst hier. Ich brauche ein Ziel. Wird schon erledigt von einem anderen. Wasser kann jede Form annehmen, jede Gestalt. Ja, ist ja gut, aber das ist so weit. Ich habe kein Ziel. Ja, dann wird man ja jetzt in der Hand nehmen können. So, ich weiß ja schon. Dadurch wird die immer kleiner elementar. Geht kommen, nein. Geht kommen, nein. Ich geh mal, nein. Ohhhh! Geht, geht, geht. Jaa, super! Das war's. Ja, müssen wir ja nicht von einem Heiler, der auch Leder tragt, die Lachen bauen lassen, oder? Ich bin außer Reichweite. Ich kann diesen Zauber noch nicht wissen. So, ich muss auch mal eine Meinung sagen, oder? Ich hoffe, ich habe kein Ziel. Spielt ihr mal die Rolle, die wir gerade haben? Ich hab das früher auch mal gemacht, weil ich ja nicht darüber Bescheid wusste. Ich bin außer Reichweite. 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 Ich versteh das, man sollte jetzt auch das wissen, was man braucht und nicht anderen Leuten nicht die Sachen dafür ausdenken. Ich kann an diesem Zauber noch nicht wirken. Der Zauber ist nun nicht erraten. Ich brauche ein Ziel. Egal was man da zu denken, ich kann ja auch nicht auf die Wille schaffen, wenn ich keine Zauber. Wenn ich ein anderer so drauf bin, wenn ich ein anderer Lederheiler oder Heule dabei ist, aber... Näher heran. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Aber so muss man... So was muss man hier... Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran. Das lebt immer noch ab. So. Da haben wir so ein eingebaute Zuppe, ne. Das Popo jeden da hinten. So. So, wir rufen den noch, vielleicht können wir ja dann schon ein oder andere Fest auslösen. Vielleicht haben wir dann schon noch einen 76-Panell. Ja, nicht ganz, aber schon mal ein bisschen. Zumindest mal, sagen wir schon mal nah dran. Ich bin außer Reichweite. Noch nicht bereit. So. Sollen wir anzünden? Ja. Alter, wie nah wird denn dran? Ja, näher kann ich leider nicht. Ich könnte recht in die Wand stehen. Ja. Oh, das ist nett hier, oder? Das fällt aus. Okay, vorsichtig für den Magian. Ah. Bitte, bitte. Ja, lieber Popo hat ja. Ich bin fertig in Popo. Ja, weil, äh, da... ... ist das ganze... ... hinter ganz scharten Flögel. Fast geschluckt, ähm. Ich denke hier, die zwei, dann lassen wir den Ruf. Ja. Ja. Ich kann das noch nicht tun. Das lädt immer noch auf. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ja, so wie das da ist, der Kerl ist. Ich merke, dass ich mit dem Ruf auslösen werde. Ich muss näher heran. Ich kann den Zauber noch nicht wirken. So. Da kommen wir jetzt schon in den Schaft. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran. Das ist zu weit entfernt. Ich kann das noch nicht tun. Ich habe kein Ziel. So. Ich bin außer Reichweite. Alter Vater, Junge. Ja, was ist doch... Aha, jetzt hat er sich recht. Hm. Ja, ich wackele direkt dahin. Durchweg. Zu weit entfernt. Das lädt immer noch auf. Ja. Das war schön, dass du mitgehalten solltest. Das hat er noch so groß rum zu stehen. Zu 8. So. So. Jetzt... Gehen wir mal wieder auf unser Reich hier. Den Kriegling. Ich denke mal, wir werden uns noch mal verändern wollen. Jetzt mal suchen wir uns alle aus. Weil er das steigen ist. Ich bin zu weit entfernt. Das ist... Das ist so. So. Jetzt können wir mal wieder los. Hm. So. Wir sind schon da. Wie ist das denn? Das war jetzt schon da eigentlich. Hm? Oder das? Der war ein Auto. So. So. Dann bringen wir mal hier hin. So. Level 46. So. Äh. 66 hier. Kleiner Sprachregelung. So. Kleiner Fallendreher. Ja. Ich habe zu wenig Energie. So. Ja. So ist das richtig hier raus. So. Wunderbar. So muss das dann... Weißt du mal auf! Ich bin nicht so weit aufwärtig und... Das lächst immer noch aus. Der Zauberer ist ja noch nicht bereit. Ich hab uns ja... Ich denk viel, fast das ist nicht voll, hab ich mal nicht ausgescheint. Ich hätte mich deswegen jetzt nicht über die Mitte gewesen. Ich course nicht nicht so so. Alles so aufeinander geflatscht. Ich hab auch versucht... Oh, du hast das Problem gedacht. So, das heißt Formen. Ich denke, wir sind dort. Der muss nur noch 4, 5. 2, 3, 3, 4. So, jetzt werde ich ein paar Mal wieder an. Ich werde es nicht mehr an. Ja, das ist gut. Ich werde es nicht mehr an. Die 11 sind da. Ich werde es nicht mehr an. Ich werde es nicht mehr an. der unserer Linken zu dem nächsten Dorf oder Stützpunkt gehen, um da weiter zu folgen. Natürlich könnten wir jetzt auch schon in den Restlichen Gründen gehen, aber ich weiß nicht. Wir nutzen das so weit aus, dass wir gar keine Themen mehr bekommen. Wir sind ja noch so lange, noch cool sind, das ist schön. Und nehmen wir uns den... Können wir ja alles nicht gebrauchen, ne? Leuchte für den Rest. Oh, hier, 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 hier. Wir sehen uns wieder. Oh. Was führt euch hierher? Was ist das so spannend? Ähm. Wie hier? Wie hier. Wie hier. Wie hier. Wie hier. Ich möchte die Vorfahren euch schützen. Geht mit der Erde unter. Habt günstige Winde. Hm. Kann man lernen, oder was? So, und hätte dem hier auch noch was zugeschickt? So, Level 9 Jetzt kann man bei mir empacken Hier nur noch die Schultern Schultern, Kopf Schultern, Kopf und Handkinder, ne Handkinder Vielleicht kriegt man die ja noch zum nächsten Im Offline erwähne ich ihn auf dieses Jahr Ja, so würde er dann noch nicht Der arme Junge nicht Das müssen wir noch zu ihm machen Er ist dann die zweite Und das andere ist da Wo wir nachher auch hin müssen Dann blenden wir die erstmal aus Und dann gehen wir erstmal da Schön auf Jax Nach den Wikingern Ich lasse den Wikingern Oh, hier alles Jetzt Jetzt Was haltet ihr eigentlich schon Großen Feiern mit den Leuten Findet ihr das schön, findet ihr das nicht schön Macht euch Spaß Und dann Mehrere Gerichte auf einmal zu machen Zerlade Dann gleich einzulegen Zum Beispiel jetzt so in der Zeit von hier vom 23.50 Heute war es nicht so sonnig Nicht so lange sonnig Aber es wird ja Hoffentlich Hoffentlich Hoffen wir auch nicht so Weil wir brauchen wir noch innen Und dann Ja Von denen behelfen Von dem Schlafwächter Da müssen wir glaube ich Die Schlüssel Die Schlüssel Und die Gäten Hier auszumachen Und von manchen Kriegt man auch einen großen Schlüssel Wo man dann Wo man dann in der Mitte gehen Aufmachen kann Dann kommen wir alle Mit den Schlüssel Das ist zu weit entfernt Was schlafen und die Zistert Die Befehligkeit ist noch nicht bereit. Aber die Befehligkeit müssen bekommen. Was soll man jetzt bei den Marken bekaschen? Die Befehligkeit ist noch nicht bereit. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Dass die Leute immer ein bisschen auskürzen. Soll sie sich ja nicht. Oder laufen die Händen in den Schlag. Und wenn man gegen einen kämpfen sollte. Sollte man auch was mit Rohr hinschmeißen. Dann flippen wir da rein. Jetzt kann man hier den. Auskürtet ich aufmachen. Jetzt reicht 3 auf 1. Da waren aber mehr drin. Soos svah. Aber da sind mal nix ne. Warten mit extra eigener Zorn, oder auch die Paladiner und noch ein paar andere. Nicht gerade weiß, nicht auswendig weiß, mit eigener Zorn. Wir haben hier dieses Rassen-Mount, das man hier mal bekommt. Das geht nur ja auch mit anderen, sonst wäre es hier auch die Spezial-Mount, und wenn man hier alles zusammengepasst hat, dann könnte man die Zorn. Da benutze ich jetzt noch. Schauen wir wieder den von der Mitte, da ist ihm leider alles leer gemacht worden. Oh, nee. Nein, da ist noch einer dran, jetzt kommen wir hier auch noch. Wenn man schon mal Mount von sehen, und dann einfach hier alles absprachen. Ich bin außer Reichweite, anders noch nicht tun. So, ist das. Das ist zu weit entfernt. Der Zauber ist noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich muss näher heran. Das lädt immer noch auf. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Ich bin seit Ostern. Ich komme aus was ich nicht reißen kann. Oder hab ich dann immer ein Hals gerufen, oder den Hals schon versersen. Was bin ich so der Update. Ich habe dann ein Spiel ainsi bekommen. Und dann ist die Biste nicht dafür gekommen. Wenn jemandы nicht rechtfertigt sind, Wasirs sind denn das noch nicht. Und dann... Und... Ja, da. Jetzt muss ich mal den Nürn vergeben. Wenn man schon mal zwei Quests, die man jetzt gleich aufziehen kann. Jetzt muss ich mal hier die Runde gehören, die alle unten sind. Oder bald machen. Wenn man hier schon im Schnee kommt, dann kann man es auch bald machen. Die Entwicklung kann man auch nicht mehr mitnehmen. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Ich bin schon gemein, ne? Ich bin so, dass ich so und so viele Leute vergehen, dass ich da kurz hier. Ich muss näher herrlich. Der Tauber ist noch nicht bereit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Aber was kann ich denn sein? Ich könnte es vielleicht mal ausprobieren wollen. Ich kann es einfach mal die Kommentare machen. Ich kann es einfach mal die Kommentare machen. Ich habe kein Ziel. Ich muss mehr gerade. Ich kann das noch nicht tun. So einfach geht es. Jetzt haben wir hier wieder die Empfehlung. Jetzt haben wir hier wieder die Empfehlung. Und die Pfanne wieder da. Ich kann das noch nicht probieren. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Ich kann diesen Zauber noch nicht missen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Okay. So. Jetzt brauchen wir noch zwei Hohenmage. Und drei Krieger. Ne? Also, die sind mit mir. Dann brauche ich einen nicht. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Das ist mit mir. Also, wenn, die ist. Ich kann diesen Zauber nicht wimmen. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer giveaway. Die Flas sind hier. Also, wir werden da. Ich kann das nicht. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Also, der ist nicht möglich. Aber ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweiter. Ich bin außer Reichweite. Ich kann das noch nicht tun. Ich brauche ein Ziel. Ja. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal in die alten Steine. So, der alte Slice ist auch schlimm. Das ist auch lustig. Die Grafik überzeichnet mich nicht. Minecraft ist ja sowieso immer cool. Und vor der Vorführung, ja, nicht so mein Ding. Ich mag nicht so gerne Epo-Schulter. Ich gehe ziemlich schnell. Ich kann das noch nicht tun. Ich habe schon mal gerade dabei. Oh, es gibt keine andere. Ist nicht die Halle der Blitze noch? Ich glaube, das gibt es ja später, ne? Halle der Blitze. Na ja, dann müssen wir damit leben. Das ist ja später. Du soll beide Macht aufschaden, der Heiler. Sollten wir uns vielleicht mehr konzentrieren, was wir machen hier. Freilich. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich muss näher heran. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch was darüber gehört habt, dass in dem nächsten Addon, den WOD, die, dass die Plassen-Merkmalen, ja, Plassenfähigkeiten geändert werden. Stimmt das? Oder habe ich mir da noch irgendwas doofes in dem Kopf mehr als was blödes erzählen lassen? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich werde mich da drüber freuen. Ich habe bis jetzt hier noch nichts gelesen, dass sowas überhaupt kommen wird. Oh ja, der ist schon Level 80 von der Heiler. Naja, wir können das Zeug hier auf das Level 85 anlassen. Und dann haben wir alles hochgelevel. Ich werde die Plassen nicht auf Level 80. Die Beine gehen bis zum 1.8. Der Schlaf tut uns auf. Die Brust tut uns auf. Der Rechnung auf jeden Fall. Schlafen auf. Schlafen auf. Schlafen auf. Schlafen auf. Schlafen. Schlafen. ... Sooh, los geht jetzt mal bei圍weite. So, Mensch, Dem ist, dem Mensch, Dem, dem droll sich ja auch nicht der Ped aus. Schluck nicht im Hinblick undMPinn. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen arbeiten, also kämpfen. Das legt immer noch auf. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. Ja, man kann auch gut mit den Menschen gehen. ...eine andere im Treuer, wenn man gerade dran sitzt... ...nö, eh, ich bin nicht nah... Oh, ja... Du hast gesagt, ja, das ist so schnell, das ist sogar ein Zeugelweiler! So, das ist jetzt mal die Eingang. Wieder mit dem innen Kondition. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich bin Außerrang weiter. Das rät immer noch auf. Zu weit entfernt. Ich kann das noch nicht tun. Okay, passt. Das Getränk behalten wir uns lieber für den Platzraum. Ich muss näher heran. Die richtigen sind verleidert. Da fangen wir auch immer mehr heran ein. Ich bin nicht bereit. Ich brauche noch nicht weiter. Ich bin nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich bin nicht bereit. 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 Der Tauber ist noch nicht bereit. Ich muss näher heran. Ich bin nicht bereit. Das löst immer noch auf. Die Bedeutung ist nicht bereit. Ich bin anders noch nicht vor. Das ist zu weit entfernt. Ich bin nicht bereit. Ich habe diesen Tauber noch nicht. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Ich kann das noch nicht suchen. Die Fähigkeit ist nicht bereit. Aha. Der H19080. Jetzt kommt er eigentlich schon nach Verpackung. Oh, das stimmt. Ich habe noch vergessen, den Bons zu packen. So, das macht der Magier. Ich bin nicht bereit. Das habe ich eben schon gesagt, aber... Ich bin das Idiot. Produkte von Razer, ich finde gut. Ich habe noch nicht die Tastatur. Und die Maus, die Molten Core Edition. Die sind sehr gut in der Hand. So. So. Da kann man nichts gegen sein. Ich habe es weiter. Wenn andere was anderes brauchen, dann soll das so sein. Aber wir sollten nicht darüber reden, dass die Sachen hier total schlecht sind. Das muss auch sein. Geht noch nicht so aus, ne? Oh. Das hört sich nicht gut an. So. Jetzt gucken wir nochmal. wie findet ihr dieses ähm ähm Serial of the Stone, findet ihr das gut, ist das besser als äh LoL? ich würde mal sagen ja, sieht besser aus auf jeden Fall, die Figuren sind ein bisschen größer, man kann wenigstens erkennen was man da tut und es ist auch ein bisschen lustig, weil da viele Charaktere aus den Blazardspielen mitspielen und jetzt ist ja ein neuer dazu gekommen, der Burlock, den jeder gut findet Nun, das war die Mama, was passiert jetzt wieder Bisher jetzt kann man mal wieder ablässt und ein paar Gruppen hoch Das ist zu weit entfernt Ich habe kein Ziel Ich bin jetzt kurz zum Ding, ja das ist ja egal, ne? Wir schaffen das nicht So, einen haben wir schon mal gratis geblieben Das will ich euch Tippometern Dann war die Hauser heute ein bisschen länger Ja, ich will auch mal sagen, ne, Böse kann man zwar nicht gerade finden, aber dann machen wir die Böse, dann müssen wir am nächsten Mal vollständig. Ich muss näher heran. Kann man jetzt schon davon passen, denn da ist es 77. Da wird es sich nicht sicher schon, hätte ich hier nach. Ich weiß nicht, ne. Jetzt können wir einmal gerade gucken. Einmal gerade nicht zu gehen, ne. So. Das ist ein bisschen, ne. Da sind wir dabei so. Das wird dann das Bild raus. Dann können wir mal sehen. Das hört man vielleicht ein bisschen schneller auf Hügel raus. Aber ich glaube, das macht so nach und nach, ne. Ich glaube, wir machen das so lange, bis hier noch keine Böse bekommen. Ich muss näher heran. Ich bin zu weit weg. Ich muss das noch nicht tun. Das lädt immer noch auf. Ich habe kein Ziel. Kommen wir die Kicken dazu? Ich muss näher heran. Ich muss näher heran. Die Kicken ist relativ, ne. Relativ, ne. Relativ schwer ist ja we�n. Das sieht super aus mit dem Garten, mit dem Gartengebäu oder etwas mehr da, wo wir gehalten wüsst. Ich gebe die Fälle nicht so, und den anderen Meilen, da kommt wieder so ein Dicker. Ich brauche ein Ziel. Vielleicht kann man sich noch schneller. Wenn man dann mehr kommt, dann mehr ins Rebe kommt, dann muss ich... Säuber? Nein, 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 nein... ...Its habe ich... Wir müssen ja auch so das, was wir hier langsam einziehen. Haben wir hier fast eine Stunde. Aber ich finde es sehr schön, dass der Highlight bleibt mit der Reihe an der Ine. Schaut machen wir den. Kann ich abgeschütteln und weitergehen? So, wir müssen mal da rüber gehen und dann bitte die Jungen machen wir den Tor aufbinden. Okay. Gut. Okay. Ich habe es schon auf einen Seite, so. Ich mache es schon ein paar Tage. Oh Gott, ich sage es euch. Oh Gott. Oh Gott, ich sage es euch. So, geht's, geht's hier los. Wir müssen dann noch Bescheid zeigen, dass wir direkt ankommen müssen. Wir müssen jetzt noch die Klasse kommen. Wir müssen noch die Klasse kommen. Wir müssen noch die Klasse kommen. Das ist schon mal gut. Oh, wenn wir die Klasse kommen, dann können wir noch keine Klasse kommen. Dann ist die Klasse kommen. Bis die Schmiede zurückersehen ist. Ihr endet nichts. Loken, das ist doch einfach lästig. Wir haben vielleicht die Eisenzwerge ausgeschaltet, doch ich möchte wetten, dass es irgendwo noch eine weitere Maschine gibt, die am laufenden Band massenweise Eisenbrückhol ausguckt. Ja. Ich werde die Schmiede benutzen, um eine Ladung irgendeine zu schaffen, die Wache stürzt. Ja, das ist ein Schmied. Ja, man. Schön abmalen. So, dann sag ich euch mal von hier aus. Viel Spaß. Bis mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Den Stolz, der Naruto und ich, Dekashi. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit Tau.